Wir sitzen in der Wohnung über der Spinnerei im Nurbachtal mit Wietsche Braun und Wolfgang Budes und wollen herausfinden, was denn die Leichlinger Geschichte mit diesem Ort verbindet. Da starte ich mal direkt mit der Frage, ob Sie denn Leichlinger sind. Ich bin eigentlich Leichlingerin. Ich war zwar schon vier, als meine Eltern nach Leichlingen kamen, aber ich fühle mich als Leichlingerin. Ich war zwar auch 20 Jahre lang weg in Aachen, aber ich fühle mich als Leichlingerin, jawohl. Und du? Ich bin Neuleichlinger. Ich bin erst seit 1987 wohnhaft hier. Das erste Mal bin ich 1972 hierher gekommen, um meine neue Liebe zu besuchen und ihre Eltern. Wo kamen denn deine Eltern her? Meine Eltern hatten ein großes Gut in Ostpreußen, mussten dann natürlich flüchten, sind dann nach Westfalen zu meiner Großmutter gekommen. Dort ist mein Bruder geboren und auch ich. Und als ich dann, wie gesagt, vier war, sind wir hierher. Meine Eltern wollten dann gerne wieder auf kleinerem Grundstück Landwirtschaft betreiben und haben das dann hier entdeckt. Und dafür bin ich ihnen auch sehr dankbar, dass sie dieses idyllische Fleckchen gefunden haben. Also die Spinnerei hat deine Familie immer schon begleitet. Was verbindet dich denn mit der Spinnerei hier im Murbachtal? Zum einen ist es natürlich mein Elternhaus. Und das hat mir feste Wurzeln gegeben. Zum anderen haben meine Eltern mich, und wenn ich das vorziehen darf, Wolfgang auch, schon früh an Kunst und Kultur herangetragen. Und als wir dann nach dem Tod meiner Eltern hierher kamen, haben wir, meine ich, erkannt, dass wir hier ja kulturell aktiv werden können. Und dann zusätzlich mit der Geschichte, die die alte Spinnerei hier hat, fanden wir das ganz passend für unsere Lebenssituation damals. Welche Geschichte? Das ist ja eine alte Mühle aus dem 14. Jahrhundert. Es war Harnischpoliererei, Drahtzieherei, Schalenschneiderei. Und 1856 wurde dann auf den Grundmauern der alten Mühle diese kleine Fabrik aufgebaut. Und dann war es als erstes eine Wollspinnerei. Und da das so schön doppeldeutig ist, haben wir gesagt, wir nennen das hier Spinnerei. Und das passte dann auch gut zu uns. Dann haben wir auch gleich mit Kunst und Kultur angefangen. Dann würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie war denn die Kindheit hier im Moorwachtal? Wie gesagt, es gab damals keine Kindergärten. Und mein Bruder und ich, der ist drei Jahre älter, wuchsten hier alleine auf. Wir hatten allerdings auch einen großen Familienkreis. Zum Beispiel kamen die Familien meiner Mutter aus Düsseldorf fast jedes Wochenende. Die hatten auch drei Kinder, die auch in unserem Alter waren. Das war natürlich traumhaft schön. Und die nahmen übrigens eine schöne Geschichte, die nahmen immer Quellwasser mit. Wir hatten damals eine Quelle, weil das Wasser in Düsseldorf so schlecht war. Und dann haben die sich immer in großen Flaschen das Wasser abgefüllt und das Leichlinger Quellwasser mit nach Düsseldorf genommen. Das war ganz schön. Ansonsten, was ein großes Glück für mich war, unten in Balken gab es eine Familie und wir haben uns sofort kennengelernt. Meine Freundin Astrid, die ist zwei Monate jünger als ich. Und wir haben hier ganz viel zusammen gemacht. Und das war wirklich eine richtig schöne Kindheit. Ich erinnere mich gar nicht, ob wir Spielzeug hatten. Ich meine nicht, denn wir haben von Anfang an Hühner gehabt und wir hatten Gänse und Schafe und Gemüsegarten. Wir sind im Wald rumgelaufen und auf dem Hosenboden die Hänge rauf und runter. Das war für mich sehr schön. Und dann gab es in Balken noch auch Kinder, zu denen ich auch ab und zu ging. Da haben wir Räuber und Gendarm gespielt und sind in Scheunen versteckt. Insgesamt eine sehr schöne Kindheit. Das sah auch auf den Fotos schon nach einer tollen Zeit aus. Wie war das denn im Winter hier? Wir sind alles Dezember-Kinder. Fange ich mal so an. Ich bin am 1. geboren, dann eine Tante, die auch hier lebte. Die hatte am 8., dann mein Vater am 11., dann mein Bruder am 14., dann Weihnachten und Silvester hatte meine Mutter dann noch Geburtstag. Und wenn Schnee lag, war es das Schönste. Und da ich ja wie gesagt am 1. Geburtstag habe, durfte ich immer meine ganze Klasse einladen. Und wir haben dann hier Verstecken gespielt, hatte ich natürlich den Heimvorteil. Und wir sind hier, sind ja große Räume, haben hier immer Socken angezogen, sind geschlittert. Das war immer toll. Und ich habe durch den Winter hier in der Natur viele Vogelarten kennengelernt, weil meine Mutter sich damit auch sehr gut auskannte. Und wir haben immer gehorcht. Und die Art und Weise weiß ich immer, wenn ich irgendwas höre, welcher Vogel das ist. Also es war auch sehr schön im Winter. Ich mag den Winter, ich mag überhaupt die Jahreszeiten, wie sich das alles verändert. Das glaube ich. Gibt es besondere Erinnerungen an die Kindheit hier? Als meine Eltern ja dann umgezogen sind hierher mit uns, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Ich war zwar erst vier, aber es ist ein Erlebnis, was ganz tief in mir steckt. Ein riesengroßer Wagen, das man ja als Kind so in Erinnerung kam, hier an. Und dort vorne ist ja der alte Mühlstein. Als Sitzplatz war der schon angelegt. Und da haben meine Eltern zwei Sessel, die mir ja vertraut waren aus der alten Wohnung, dort neben den Mühlstein gestellt. Und ich, die Kleine, setze sich in diesen Sessel, gucke so rum und denke, aha, das ist wohl so meine neue Heimat. Also dieses Gefühl, da zu sein und anzukommen und in dem geborgenen Sessel, das war einfach toll. Deswegen ist es mir sehr stark in Erinnerung. Was ich auch sehr schön fand, war, mein Bruder ist ja drei Jahre älter und ich war ganz begierig darauf, endlich in die Schule zu kommen, weil ich auch das lernen wollte, was er nur so schon konnte. Und ich kam dann natürlich mit meiner Freundin Astrid in die gleiche Klasse. Wir saßen auch nebeneinander und hatten den Lehrer Papert und das war ein ganz toller Lehrer. Und ich war ganz begierig darauf, alles zu erfahren, was er so uns dann präsentierte. Und er hatte eine wunderbare Schrift und die ahmte ich immer nach. Und ich habe auch heute noch eine schöne Schrift. Und als ich dann die Architektur in Aachen studiert habe, sagte ich mal, oh mein Gott, was hast du für eine schöne Schrift? Und das habe ich von meinem Lehrer Papert in der Schule. Auf welcher Schule war das? In der Kirchstraße, in der katholischen Schule. Ah ja, Leichling auch. Ja, also im Sessel, das war ja der erste Moment, in dem du gespürt hast, dass jetzt Leichling deine neue Heimat ist. Und was verbindet ihr denn beide heute mit Leichling? Was ist Leichling für euch? Tja, wir leben jetzt seit 1987 regelmäßig hier. Und das sind ja mittlerweile 41 Jahre, wenn ich richtig rechne. Das ist die längste Zeit, wo ich an einem Ort gelebt habe. Und ich denke, wir sind hier zu Hause. Wir haben uns also hier ergriffen und haben auch sehr viel getan. Wir haben hier eine Grundsanierung von aller Gebäudeteile durchgeführt. Und das ist jetzt alles in Kobel und Ordnung. Das stimmt. Wir können hier gut leben. Ja, und dann haben wir ja auch, nachdem wir hier es uns wohnhaft gemacht hatten, haben wir auch ziemlich gleich mit Kunst und Kultur angefangen. Wir haben 1993 die erste Ausstellung begonnen, auf einer Wiese, vorne. Ja, das ist ja schon ein paar Jahre später. Gar nicht so viele Jahre später. Durch eine Weide, die wir unter anderem fällen mussten, und wir wissen, dass Weidenholz ein gutes Schritzholz ist, haben wir beim Kulturamt damals, weil wir ja noch nicht so viele Leute kannten, angefragt, ob es denn hier Künstler gibt. Und der Michael Völker damals sagte, ja klar, der Berthold Welter. Und dann haben wir Berthold Welter kennengelernt. Und das war dann lieber auf den ersten Blick zwischen uns dreien. Das war richtig schön. Dann haben wir kennengelernt, was er sonst so macht. Und seine Kollegen meinten mir, naja, jetzt haben wir die Wiese ja so schön hier gerichtet, dann können wir ja die Dinge, die er gemacht hat, auch aus der Weide, dann da ausstellen. Und das war so von Erfolg gekrönt. Der Bürgermeister Karl Reul damals ermunterte und sagte, das ist gut, was ihr macht, macht weiter so. Das war richtig schön. Und das hat uns dann auch den Rücken gestärkt. Das haben wir dann auch gemacht. Dann haben wir Stückchen für Stückchen das Ganze anwesend, das sind über fünf Hektar hier, zu einem Kunstschauplatz kreiert. Was habt ihr vorgefunden und wie habt ihr es verändert? Wie habt ihr das Gebäude vorgefunden? Eigentlich so wie es ist. Nur viel Farben, viel Tapeten, viel Kürmel im jetzigen Veranstaltungsraum. Eine Heizung, die sofort eingefroren war, als wir es übernommen haben. Also wir haben eine Grundsanierung gemacht mit viel Aufwand. Wir haben Gott sei Dank beide zwar recht dahin, da konnten viel selber machen und haben ein bisschen was verändert, aber nicht so sehr viel, weil 1915 hat das gesamte Anwesen ein Solinger Fabrikant erworben. Und er hat in dieser obere Etage, unten war es Fabrik, oben war es Fabrik, in diese obere Etage hat er eine Wohnung einbauen lassen. Und zwar mit viel Aufwand und sehr geschmackvoll. Mit zu Kölner Decken, die Piste auch hier ist. Das ist alles original, 1915. Und auch die Holzdielen sind original. Wir haben alles eigentlich im Grunde nur zurückgebaut. Wir haben hier die Farben alle wieder rausgeschmissen, Tapir und Anstriche rausgemacht und haben also den ursprünglichen Zustand hergestellt und alles saniert. Natürlich neue Elektrolattungen, neue Heizung reingebaut. Und unten im Veranstaltungsraum hatten meine Eltern als erstes Hühner. Bis zu 400 Hühner hatten wir. Und da habe ich übrigens immer die Eier rumgefahren, auch zum Stadtdirektor, zu allen möglichen Leuten, immer mit zwei Taschen und Fahrrad natürlich mit dem Fahrrad. Und wenn kein Ei kaputt war, habe ich am nächsten Mal, beim nächsten Mal habe ich den Graschen gekriegt als Trinker. Das war natürlich mein Teil. Jedenfalls unten waren natürlich die ganzen Verschläge von den Hühnerstellen und was da so alles drin war. Und wir haben einen Freund, der hat eine Baufirma, der hat gesagt, du räumt alles aus, ich schicke euch einen Sandstrahler. Weil da natürlich Farbschichten waren und was da alles war. Rost. Viel Rost, ja. Und das haben wir gemacht mit großem Aufwand. Aber wir sind heute sehr dankbar dafür, weil jetzt ja ein schöner Veranstaltungsraum entstanden ist. Das war der Grundschritt. Danach folgte noch viel Arbeit. Es ist alles neu ausgefugt worden und alles neu gestrichen worden. Die Träger insbesondere. Und die Kappen wurden neu geputzt. Und jetzt ist es halt ein schöner Raum. Aber es hat lange gedauert, viele Jahre. Und der Unternehmer, was hat der hier in dem Gebäude hergestellt? Der hat das hier als Wochenend- und Feriendomizil genutzt. Er kam mit der Eisenbahn, die damals ja gerade hier in Leichtlingen angekommen war, wurde von Bauern Müller hier in der Ortschaft Litsche mit der Pferdekutsche abgeholt, seiner Familie. Er kam hier her und im Nebenhaus, im Schieferhaus, wohnte das Hausmeisterpaar. Verwalter Hausmeister. Und dann wurden die hier empfangen und haben hier ihre Freizeit erlebt. Planierten hier, hier war das Wohnzimmer. Die Mierten hier hatten viele Gäste. Also wir wissen das deshalb, weil wir die Familie aufgesucht haben und die Söhne uns das noch alles erzählt haben. Von der glorreichen Zeit. Das muss ja schön gewesen sein. Du hast jetzt noch vergessen, in dem Geschoss hier unten drunter wurden Prothesen produziert für die Kriegsversehrten des Ersten Weltkriegs. Davon gab es ja sehr viele und das war der Haupt. Und das Notgeld soll hier gedruckt worden sein? 1923 konnte hier, es war ja dann eine Inflation und dann könnte das Notgeld hier gedruckt worden sein. Wir haben leider die Maschinen nicht gefunden, sonst würden wir heute noch etwas Geld drücken können. Aber was wir gefunden haben, das können wir vielleicht nachher mal zeigen, das haben wir gesammelt, zwei Tabletts voller Knochen. Als wir einen Fußboden mussten, wir in den Veranstaltungsraum neu machen, weil der gerissen war, war auch zu hoch. Und da haben wir ganz viele Knochen gefunden, haben uns zuerst furchtbar erschreckt. Das glaube ich. Aber dann haben wir recherchiert, auch zusammen mit dem Stadtarchiv in Leichlingen. Und das sind Knochen, wahrscheinlich von Rindern oder Schweinen. Und die haben hier die Griffe von Messern hergestellt. Dann haben die das einfach in den Boden wohlgeschmissen, also die Reste. Die Gelenke konnte man ja nicht gebrauchen. Für die Klingen brauchte man nur die geraden Teile von den Knochen. Und den Rest haben die dann halt vergraben, unten reingetan. Und später ist dann mal Beton drüber gemacht worden und dann war es weg. Und wir haben das dann wieder alles rausgenommen und haben das dabei entdeckt. Geschichtsträchtiger Ort. Was geschieht denn hier heute überall? Wir machen schwerpunktmäßig Skulpturenausstellungen. Wir geben jedes Jahr... Die draußen, ne? Wir geben jedes Jahr draußen, draußen im Sinneswald. Das haben wir dann so getauft, weil wir finden, dass der Wald an sich schon sehr schön ist. Aber unsere Tendenz ist, die Sinne von den Menschen anzuregen. Dass die sich angeregt fühlen, sich mit unseren Jahresthemen auseinanderzusetzen. Und das passiert auch. Und wir haben angefangen mit einem Kunstmärchen von Adam und Eva 1993. Adam und Eva kehren ins Paradies zurück. Adam und Eva beschäftigen sich mit den vier Elementen oder auf der Obstwiese. Und dann kam 9-11. Da sagten wir, wir müssen politisch werden. Nach dem Attentat in New York haben wir das Thema Krieg und Frieden gewählt. Und das war sehr berührend. Da hatten wir schon ein bisschen mehr Areale so vorsichtig in die Natur hinein erschlossen, sodass immer weitere Kunstplätze entstanden sind. Und das, wie gesagt, das war eine sehr berührende Ausstellung. Da was viel zu viel unserer Meinung nach über Krieg gezeigt wurde, haben wir beschlossen, im nächsten Jahr das Frieden zu nennen. Und daraus entwickelten sich jedes Jahr immer wieder die Themen. Nach Frieden kommt Freundschaft, in der Freundschaft wird gelacht. Dann kommt die Gerechtigkeit, dann haben wir uns mit den Mythen beschäftigt. Also jedes Jahr ein neues Thema. Und das ist, wie wir meinen, relativ einzigartig. Wir haben noch nirgendwo ein Skulpturenpaar gefunden, der das so macht. Und rund um unser Jahresthema denken wir uns noch andere Dinge aus. Wir haben ja den Veranstaltungsraum dann nach und nach dann standgesetzt und auch zu dem gemacht, was er heute ist. Und dann machen wir Konzerte und Lesungen, Theater, alles, was uns da einfällt. Und zusätzlich haben wir ja noch den großen Steinbruch vorne. Da gibt es den Open-Air-Kino, größere Konzerte, weil da so ein schöner Klang ist. Oder auch einen kleinen Steinbruch, da machen wir schon mal lebendige Gedichte. Dann verteilen wir überall Leute, die dann Gedichte vorlesen. Dann kommen die Besucher und müssen die antippen und sagen, jetzt treib mal das Gedicht vor. Also fuck, die Dinge machen wir. Der Steinbruch wird ja jetzt künstlerisch genutzt. Und wieso wurden da damals Steine abgebaut? Das erzählst du. Der Steinbruch diente dazu, Baumaterial zu gewinnen. Und zwar für Dreierleiter. Das hängt auch ein bisschen mit dem Zusammen, was im Steinbruch für Stein vorhanden war. Das waren eben einmal Steine für feste Gebäude, wie zum Beispiel die Evangelische Kirche oder das frühere Schulgebäude, das leider nicht mehr existiert. Oder Hausforst. Die sind alle aus Stein gebaut worden. In Balken gibt es hier auch noch ein Steingebäude. Dann hat man Steine gebraucht, um Fundamente zu machen für die Fachwerkhäuser. Das heißt, man hat unten einen Sockel gemacht aus diesem Stein. Man hat auf das Fundament das Fachwerk gesetzt, damit es trocken stehen konnte und nicht so schnell kaputt ging. Und der dritte Anwendungsbereich, diese kleinen Schotter, den hat man für Straßenunterbauten benutzt. Also als Bett für den Bau von Straßen. Hier gab es eine Vorschrift, dass es mindestens, glaube ich, 18 Zentimeter hoch sein müsste. Eine solche Schotterschicht, damit man eine gute Befestigung hatte, die Straßen nicht an der Hunde kaputt brechen. Das sind die Nutzung und das dauerte wohl noch bis so in die 60er Jahre, dass hier Steine abgebrochen wurden. Das Einzigartige in dem Steinbruch ist, dass man, der war so groß, dass man Schienen verlegt hat und mit einer Lore die Steine auf die Laderampe, eine separate Laderampe ist gebaut worden, gefahren hat, um die dann auf die Pferdevorwerke zu kippen, die Steine. Und die kann man ja auch immer noch sehen, die Rampe. Die Rampe kann man noch sehen, die ist noch da. Und das hatte den Vorteil, dass die Pferde da auch geschützt standen unter der Laderampe. Die Pferde standen geschützt gleichzeitig. Und ich erinnere mich als Kind noch an Detonationen, also aus den 60er Jahren. Ja. Und das war auch richtig laut, fand ich damals. Und wir mussten ja jetzt vor zwei Jahren auch eine Springung vornehmen, weil sich da was gelöst hatte und das war uns denn zu gefährlich, dass da weiter Steine runterkommen könnten. Dann haben wir ein Springunternehmen beauftragt und da war ich ganz gespannt, ob das der gleiche Ton ist, war aber viel leiser. Meine Eltern sind ja, wie gesagt, 1956 hergekommen und 1957 habe ich Fotos gefunden, da war das erste Hochwasser. Das war so hoch, dass die Hühner auf dem Fenstersens standen. Also es ist zwar nicht in den Hühnerstall über die Fenster, sondern unten drunter alles gelaufen. Und wir beide haben das auch zweimal erlebt, das Hochwasser, dass dieser kleine Bach so viel Wasser führen könnte, das ist schon ganz erstaunlich. Und wir haben ja ein Stauwehr, weil wir das Recht haben, Wasser zu stauen für die Fischdeiche. Und ich war da vielleicht fünf, dann sagte mein Vater immer an, im Stauwehr ist es sehr hoch auch. Und er sagte, du fährst nicht mit deinem Dreirad zum Wehr. Was habe ich natürlich gemacht? Natürlich mit dem kleinen Rad dahin gefahren, durch die Brennnesseln durch, da reingeflogen. Und wie ich das als kleines Kind geschafft habe, mich da hochzuhakeln und zu überleben, es ist mir nach wie vor schleierhaft, ich muss unglaubliche Überlebenskräfte gehabt haben, kam dann also raus und schrie wie am Spieß. Meine Mutter war gegenüber, bei den Hühnern in dem Kükenstall, musste erst eine große Runde laufen, um auf mich zuzukommen. Und mein Vater kam schon schimpfend auf mich zu und meine Mutter überholte ihn und schloss mich in die Arme. Das werde ich auch nie vergessen, ich war vielleicht ja fünf. Apropos Hühner, meine Mutter in dem Kükenstall, der Kükenstall, der bei uns jetzt Schafstall ist, das ist das alte Brückenhäuschen in Leichlingen. Da wurde der Zoll damals, musste entrichtet werden, wenn man über die Wuppebrücke gehen musste. Das haben wir erst viel später herausgefunden, dass wir dieses historische Gebäude bei uns auf dem Gelände haben. Das fanden wir irgendwie ganz witzig. Und wir halten es auch in Ehren und versuchen es gut zu restaurieren. Genau, die Mühle hat ja auch immer die Produkte, was auch immer hier produziert wurde, zum Beispiel die Prothesen, das wurde ja auch immer durch die Mühle unterstützt. Wie wurde die durch die Jahre genutzt? Deine Eltern ja nicht mehr, ne? Den Wasser anspringen. Die Welle existiert von dem Mühlrad noch. Das Mühlrad befand sich hier dahinter, außerhalb des Mühles. Und das Wasser fiel dann nach dem Mühlrad runter in einen Graben, der unterirdisch ist, der ist also abgedeckt. Und der Tunnel, der Graben geht wieder zurück zum Bach. Das ist noch vorhanden und man kann da auch in den Raum reingehen und kann da so etwas gebückt bis vordringen, bis zu der Stelle, wo das Mühlrad war. Aber das Mühlrad, der Antrieb wurde wahrscheinlich mit der Einführung der Elektrizität dann stillgelegt. Und vorher hat man auch die Spinnenmaschinen damit betrieben. Und zwar dann mit einem, ja, mit so einem System von Vorgelegewellen, von Wellenrädern und Brieben. Die Wellen waren unter der Decke montiert und mit über diese Rehme, über die Transmissionsrehmen hat man dann die Maschinen angetreten. Zum Zweiten meiner Eltern haben wir das Wasser des Wurbachs abgeleitet für die Fischdeiche. Wir hatten immer Fischdeiche mit Forellen und Karpfen da dran. Aber nicht mehr für Maschinen. Die Forellenzuchtbecken haben meine Eltern hier vorgefunden noch von dem Solinger Fabrikanten. Der hatte selber gezüchtet, aber meine Eltern haben kleine Forellen dazugekauft. Also wir haben nur Hühner gezüchtet, Gemüse und Gänse und Schafe. Und die Spinnerei war in Betrieb, bis der Solinger Unternehmer kam? Oder zu welcher Zeit war das? Das ist nicht ganz genau verbirgt. Wir wissen nur verschiedene Nutzungen. Aber in welcher Reihenfolge? Aber wir wissen, dass es als erstes eine Wollspinnerei war. Da wir das genau wissen. Nach dem Fabrikbau, nach dem jetzigen großen Fabrikbau von 1856 war es eine Wollspinnerei. Wie lange sich das dann hingezogen hat, also betrieben worden ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass 1915, 16 diese Solinger Fabrikant das Ganze anwesend erworben hat. Und dann eben hier oben. Und was wir noch wissen ist, dass es zu Zeiten der Fabrikation sechs Mitarbeiter gab, die hier beschäftigt waren. Und wir vermuten, dass die auch in der Ortschaft gelebt haben. Und da gibt es mehrere kleine Häuser, die darauf von der Bausubstanz her schließen lassen, dass die in der Zeit auch gebaut wurden. Und das hier nach dem Krieg 56 war eine Ruhlungsnot. Die Ausläufer des Krieges. Und hier wohnten mehrere Parteien in dem Haus. Ach, ja. Hier im Haus und auch drüben im Haus. Ja. Und wir hatten dieses Zimmer und die Küche und ein Schlafzimmer. Und alle anderen Zimmer waren bewohnt mit anderen Familien. Also das war schon... Neuerzählen. Das war schon auch gewöhnungsbedürftig. Ich meine, ich fand das als Kind zwar schön, dass wir alle in einem Zimmer waren, aber... Und was meine Eltern viel gemacht haben, das ist vielleicht heute ganz interessant, dass die diese, wie heißt denn, die Gastarbeiter aufgenommen haben. Ach ja, also deine Eltern kamen selbst als Flüchtlinge hierher. Und waren dann offen für die Gastarbeiter, die wir ja dann hier in Deutschland augenscheinlich brauchten. Ja. Und ich als Kind fand es natürlich toll, die verschiedenen Kulturen kennenzulernen. Meine Eltern hatten Italiener und Türken, Griechen und die kochten alle ganz anders und ich fand die rochen auch anders. Aber ich war da immer ganz neugierig, wie die so lebten, wie die sprachen. Ich habe auch in den alten Fotos auch gefunden, eine Spanierin, Spanier war dann auch dabei, mit der ich mich angefreundet habe. Die war so altweg. Und ich war groß und sie war klein. War ja nun mal so. Und da habe ich dann Einblicke bekommen über diese Gastarbeiter in die verschiedenen Kulturen. Deswegen habe ich überhaupt nie Probleme gehabt, auch mit anderen Völkern Kontakt aufzunehmen. Dadurch, dass ich das früh kennengelernt habe. Und wir hatten natürlich einen großen Nutzgarten. Da haben diese Familien auch Gemüse angebaut. Und Gemüse zum Teil, die ich von meinen Eltern her gar nicht kannte. Das fand ich auch ganz spannend. Und dadurch auch einen Einblick bekommen. Was mir noch anfällt, ist, dass ich als Jugendliche, meine Eltern hat natürlich nicht viel Geld, klar, habe ich versucht, mir was auszudenken. Wie kann ich als Heranwachsende was machen. Da ich immer schon gerne gelesen habe, bin ich in der Bücherei vorstellig geworden. Und siehe da, ich habe einen Schülerjob bekommen. Und da bin ich auch heute noch ganz stolz drauf, dass ich dann die Frau Schreyer, die damals die Leiterin war, dazu bringen konnte, dass wir zusammen die Kinderbücherei aufgebaut haben. Das fand ich auch ganz schön. Ach, eine Tätigkeit, die wir noch betreiben, ist, das heißt, wir, das Standesamt betreibt. Wir haben seit drei Jahren oder vier Jahren, kann man sich hier auch trauen lassen. Da kommt die Standesbeamtin dann her und das Ganze findet unten statt oder auch hier in diesem Raum. Oder am Müllstein. Dann haben wir alles schon gehabt, aber schwerpunktmäßig unten. Und das ist immer sehr schön. Er freut sich auch großer Beliebtheit. Die Menschen sind so glücklich und dankbar und zufrieden. Macht viel Spaß mit dem Traum. Was wir auch noch machen ist, ich bin als Schülerin schon mit der Städtepartnerschaft nach Frankreich gefahren. Die französische Sprache fand ich faszinierend und gefiel mir. Und ich war auch französisch relativ gut. Und als wir dann zusammen hierher gekommen sind, haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir das mal wieder auf und machen da mit. Und haben es auch von Anfang an gemacht und haben jetzt mittlerweile seit 20 Jahren diese Bürgerreisen, ich sag mal, angereichert mit Kultur. Das heißt, wir stellen Leichlinger Künstlerinnen in Mali-le-Roy aus. Und umgekehrt, wenn wir da sind, suchen wir nach Künstlern, die wir dann, wenn die dann kommen, hier in Leichlinger Bürgerhause ausstellen. Und das machen wir beide auch zu unserer Freude. Ich denke, das ist auch noch ein schöner Aspekt, der auch bei der Bevölkerung gut ankommt. Vielleicht sollten wir noch mehr auf eure Lebensgeschichten eingehen. Was ist denn passiert, als du dann aus Leichling weggezogen bist? Ich war auf dem Marianum bei den Schwestern. Da habe ich auch Bilder gefunden, die haben uns natürlich hier auch besucht, mit den Ordensschwestern. Und dann habe ich eine Tour gemacht und bin dann nach Aachen gegangen. Aachen fand ich irgendwie faszinierend, weil ein alter Schulfreund von mir, der ist dahin gegangen, dachte ich auch, Aachen ist nicht so weit weg von zu Hause, aber ist doch weit weg genug, dass ich nicht mehr zu Hause wohnen musste. Ich wollte ja raus, ich bin so eine typische 68er eigentlich. Und habe ziemlich bald dann den Wolfgang kennengelernt. Wolfgang war schon selbstständig, hatte ein Büro. Ich habe dann trotzdem erst Germanistik und Philosophie studiert. Aber durch die Beeinflussung von ihm, er machte schon Großprojekte, Krankenhäuser, Altersheime, Behindertenzentren, habe ich dann auf Architektur umgesattelt und habe dann nach und nach immer mehr auch im Büro gemacht. Und dann haben wir zusammengearbeitet. Ja, und das fand ich natürlich ganz toll, dass wir zusammen unser Büro und Berufszeit verbrachten. Und unser Schöner fand ich es, dass nach dem Tod meiner Eltern du auch bereit warst und das sogar gut fandest, glaube ich, mit mir hier zusammen das neu aufzubauen. Wir haben sozusagen unser zweites Leben ja dann eingerichtet, haben dann unsere Bürozeit so mit den Großprojekten auslaufen lassen, weil das war dann hier schon eine richtig große Aufgabe. Das habe ich nie bereut. Auch nicht, oder? Ja, wir sind jetzt hier richtig verwurzelt. Und hier sieht man auf dem Hof, auch die Hühner laufen. Das ist hier das Garage-Gebäude, da war unser Hund. Das bin ich auch. Als wir noch gesagt haben, seid ihr wahnsinnig, könnt ihr das Haus nicht abreißen. Hier ist noch das Haus an der Kirche. Das ist die Ecke von der Kirchstraße und da ist die Merzkästchen und da ist ja so ein Eckbau mit mehr Familienhäusern. Ja, ganz schön. Hier unten im Balken gab es eine Müllhalde, da wo die alte Fabrik stand, früher, entlang der Wuppe. Und da und unten im Balken lebte ein Schlosser, der hat für seine Enkelkinder Schaukeln, Lippen, alles mögliche gebaut. Die waren so mein Alter und ich war da auch oft. Und für uns hat er dann auch diese Hollywood-Schaukel gemacht, das fand ich natürlich wunderbar. Da war das Esszimmer und da war der Tisch, der jetzt unten als Trautisch dient. Über diesem Tisch hing, dieser Kronleuchte, den haben wir jetzt drüben eben. Das ist nämlich meine Paaresammlung. Ich hatte einen Freund, der schon in Aachen studierte und der sagte, ich kenne einen, der hat ein Haus, der lebt da jetzt allein, wir haben sich getrennt. Der Wolfgang hatte ja vorher eine Beziehung und das Haus ist groß, bei dem arbeite ich ab und zu und da kannst du bestimmt mal wohnen. Ich wollte mich ja in Aachen mal umgucken, ne? Hier war das Städtchen, in dem ich studieren wollte, anzuschauen. Und dann kam ich dann zu dem Haus, in dem ich ja vielleicht mal wohnen könnte. Und dann machte mir ein Haar auf, wir guckten uns an und haben uns sofort ineinander verknallt. Er hatte eine... Alles klar. War alles klar. Er hatte eine naturfarbene Stretchcourt Jeans an und Jesuslatschen, die man damals trug. Und er hat sehr schöne Füße. Das ist... Ich war hin und weg. So fing das mit uns an. Echt schön. Max Ernst. Max Ernst, ja. Das kann sein. Ja, kann sein. Das ist ja. Wundertwasser. Das hier ist die. Ja, nicht Wundertwasser. Klimt. Das ist die Käthe Kollwitz. Käthe Kollwitz. Unten drunter auch, ne? Und das sind wir beide in Kassel, auf der Documenta. Da hat sich Wolfgang ihr Lippen rot gemalt und wurde dann plötzlich ein ganz anderer. Aha. Ich wohne zwar nicht in der Stadt in Köln, aber direkt neben mir um die Ecke ist ein Bio-Bauer. Das ist ein ganz kleines Gelände, das ist etwas wie ein Geld eigentlich, aber der Laufschuhn. Und da hat sich Gemüsesorten an und da muss ich dann auch manchmal auch schauen. Aha. Und nämlich auch über was, was es doch alles so für Gemüse gibt, dass man so aus dem Lippenland und sich dann auch auf dem Lippenland. Und dann kann man so aus dem Lippenland. Und da hat sich dann auch noch eine einzige Topsen gemacht. Vielen Dank.